Moin Hallo Willkommen zu einem neuen Vlog Ein Tag für Ostern Ostersamstag, wie ich das nenne Ja Ich mache mir jetzt Frühstück Die Brötchen sind hier schon fertig Hier Und jetzt mache ich mir noch rein Hier Und Das wird schön Jetzt haben wir ein ganz kleines Ei fertig gemacht Jetzt esse ich die Brötchen hier noch dazu Ach ich muss doch Hände wärmer So Das kommt jetzt hier rauf In jeder Ecke Ein Brötchen So Pepepepepe So Leute Ähm Jo Also Wenn ich mich hier um gucke Ist mein Zimmer Ziemlich unaufgeräumt Das müssen wir natürlich ganz schnell ändern Oh Das habe ich ja schnell aufgeräumt Naja Ich war gerade Zeitung austeilen Und Ich habe was da Bei der Wakenitz gefilmt Das ich Ja Das werdet ihr ja jetzt sehen Bis dann So ich bin jetzt hier am An der Wakenitz aber Ich Ich hasse Eine Sache Auf dieser Welt Über alle andere Es sind Leute Die einfach Die Irgendwie nicht nett sein können Weil Okay Ich muss erklären Also Ich bin Gerade Zeitung austeilen gewesen Also Wochenspiegel Und dann Kommt so eine Frau Ich habe so eingesteckt An dem Briefkasten Stand Keine Werbung Aber in Im Schreiben Als ich am Anfang Als ich angefangen habe zu arbeiten Da stand Der Wochenspiegel ist Keine Werbung Dann Kommt die Frau an Und sagt so Keine Werbung Ja Toll Dann Dann ist das ja auch okay Aber Also Man muss ja nicht ankommen Und so Keine Werbung Jetzt nimm das Und geh weg Also Sagt Kann man das nicht einfach nett sagen So irgendwie Ja ich möchte die nicht Und Hier Haben sie sie wieder Nein Man muss die ganze Zeit Direkt so sein So Keine Werbung Nehmen sie das jetzt Also Also Das wollte ich nur mal sagen Und das Ding ist Ich habe mir grad noch gedacht Weil ich habe schön geplaudert Mit so einer alten Frau Die Die irgendwie den Wochenspiegel wollte Und sie nie gekriegt hat Ich habe sie ihnen gegeben Und Ich habe mir dann so gedacht Hm Meine Nachbarschaft ist ja Voll die nette Nachbarschaft Wo man Wo alle eigentlich nett sind Und dann kommt einfach die Frau Ich wollte einfach nur das mal sagen Weil Ich finde es einfach unverschämt Und Zu all den Leuten Die irgendwie sowas machen wollen Oder Halt aus Instinkt so sind Versucht mal nachzudenken Wie sich die Person dann fühlen wird Und Ja das wollte ich nur mal sagen Und jetzt bin ich wieder zu hause Also Ich muss das nur einmal sagen Das mit der Frau Es tut mir leid Aber Ja Schönes Video Ich werde es jetzt beenden Diese eine Szene war glaube ich Lange genug Mit dieser Frau und so Vielen Dank fürs Zuschauen Lasst ein Like unten da Abonniert den Kanal Falls ihr noch mehr von mir sehen wollt Wenn nicht Abonniert trotzdem Ähm Und Ja Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal